Oft ist ja der erste Tipp, den Menschen einem zu Konflikten geben, redet doch einfach mal drüber. Und manchmal kann das tatsächlich hilfreich sein. Aber oft sind wir am Anfang noch so aufgebracht, dass es eher schädlich wäre, direkt in ein Gespräch zu gehen. Und tatsächlich können wir auch alleine sehr viel dafür tun, unsere Konflikte gut zu bearbeiten. Zum Beispiel, indem wir unser eigenes Konfliktverhalten reflektieren. Menschen reagieren in Konflikten sehr unterschiedlich. Das hier ist ein Modell, das euch helfen soll, euren eigenen Konflikttyp besser kennenzulernen. Es gibt darin drei Grundtypen. Das Dreieck, das Quadrat und den Kreis. Alle drei haben Vorteile, aber auch Nachteile. Das Dreieck ist sehr direkt und konfrontierend. Man könnte auch sagen spitz. Aber wenn man das übertreibt, kann es auch leicht verletzend und übergriffig sein. Das Quadrat steht für einen stabilen Konflikttyp, der gut Grenzen setzen kann. Gleichzeitig kann diese Stabilität aber auch zu Blockaden führen. Und der Kreis bringt einen vermittelnden, fließenden und verbindenden Stil mit sich. Dieser kann aber auch ins Unverbindliche, nicht Greifbare kippen. Hast du dich wiedererkannt? Gibt es einen Stil, den du häufiger benutzt? Manchmal wechseln Konflikttypen auch, je nach Situation oder gegenüber. Wenn wir mitten im Konflikt sind, kann sich dieser wie ein Dschungel anfühlen, aus dem wir nicht mehr herausfinden. Unser Körper ist voller Stresshormone und wir denken stark in einer Freund-Feind-Logik, gucken also nur noch danach, wer für uns und wer gegen uns ist. In diesem Modus fällt es uns schwer, Empathie für andere zu entwickeln und ihre Sichtweisen zu sehen. Wir sind auch weniger offen für neue Informationen. Außerdem können wir nur schwer kreative Lösungen entwickeln. Deswegen ist es wichtig, erstmal in Ruhe aus dem Gestrüpp rauszukommen. Wir alle haben unterschiedliche Strategien, um mit Anspannung und Stress umzugehen. Diese können uns auch in Konflikten helfen, schnell wieder aus dem Gestrüpp rauszukommen und in einen Modus zu kommen, in dem wir wieder empathischer, aufnahmefähiger und kreativer sind. Was sind deine Strategien? Erstell doch mal eine Liste und überleg dir sowohl kurzfristige Optionen, die du in 10 Minuten machen kannst, als auch langfristige, die etwas länger dauern. Und dann hängen dir die Liste gut sichtbar auf, damit du beim nächsten Konflikt vorbereitet bist. Du kannst natürlich auch alleine versuchen, Interessen und Bedürfnisse im Konflikt herauszufinden. Oft ist es einfacher, mit den eigenen Bedürfnissen und Interessen anzufangen. Die sind uns nämlich manchmal gar nicht so klar. Und wenn wir das erstmal wissen, haben wir eher die Ruhe, uns auch auf die Interessen und Bedürfnisse unseres Gegenübers einzulassen. Wenn du vorhast, irgendwann ein klärendes Gespräch zu führen, ist es eine gute Idee, vorher ein Ziel zu definieren. Willst du einfach nur nach einer langen Pause wieder Kontakt aufnehmen? Ist es dir wichtig, deine eigene Sichtweise loszuwerten? Willst du in dem Gespräch schon eine Lösung finden? Gab es vielleicht eine Verletzung, für die du gerne eine Entschuldigung hören würdest? Das sind alles legitime Ziele. Aber überleg dir gut, was in der Situation realistisch ist und für was vielleicht auch später noch Zeit ist. Jamila hilft es zum Beispiel, ihre Gedanken aufzuschreiben, wenn sie sehr aufgebracht ist. Das hat sie dieses Mal auch gemacht. Und sie hat auch schon ein paar Vermutungen, wie Kim den Konflikt sehen könnte. Sie hat sich vorgenommen, Kim auf dem nächsten Plenum auf das Pünktlichkeitsthema anzusprechen. Zu sagen, wie es ihr damit geht und auch Kims Sichtweise anzuhören.